Kommen wir zu den deutschen Bächen. Da sind wir thematisch auch quasi in Bayern. Ja, wir gehen in den Flow. Wir gehen in den Flow. Genau. Ja, ich bin heute, heute ist Muttertag. Ich hoffe, ihr habt alle, wenn ihr nicht eure Mutter angerufen habt, dann überlegt, das vielleicht heute noch zu tun. Aber heute gab es auch einen Artikel auf Bayer Tagesschau. Wie steht es um die Bäche, um den Bach in ihrer Nähe? Es gibt nämlich gerade eine ARD-Mitmachaktion. Das ist ein Citizen-Science-Projekt. Und tatsächlich ist es so, ich muss mal an die Tagesschau schreiben, weil ich habe echt gesucht. In dem Tagesschau-Artikel gibt es gar keinen Link auf den ARD-Eigene-Mitmachaktion. Du kannst nirgendwo draufklicken und kommst dahin. Und hier irgendwo mitten im Text, ich scrolle nur einmal kurz hin, ist daserste.de-unsereflüsse.de. Und da kommt 404. Diese Seite ist nicht vorhanden. Aber ich erspare euch das jetzt. Das erste Informationen, unsere Flüsse, die Mitmachaktion, das ist, das findet man hier. Das schmeiße ich mal in den Chat. Und, ja, das wird so eine ARD-Moderatorin vom SWR. Jessie Wellmer ruft zum Mitmachen auf. Aber da steckt unter anderem WissenschaftlerInnen aus der Universität Leipzig mit dabei. Und wir gucken uns jetzt mal hier die Karte an. Da gibt es nämlich schon... Elbe. Elbe. Das ist kein Bach. Die Elbe ist ein relativ großer Fluss, der regelmäßig überwacht wird. Es geht um Bäche. Ich hau jetzt alle raus. Krückau, Pinnau, die ich kenne. Ja, es geht darum, dass du nicht den Bach sagst, sondern dass du... Ich war noch am Erklären. Die großen Flüsse werden regelmäßig von der Wasserqualität und sowas eingeschätzt. Aber kleinere Bäche nicht. Das heißt, jeder ist aufgerufen, wenn er so irgendwelche obskuren Bäche, die du gerade genannt hast, kennt, dahin zu gehen, sich so einen 100-Meter-Abschnitt zu suchen und da Fotos zu machen und einen Fragebogen auszufüllen. Und das hier wurde jetzt schon von einigen Leuten gemacht. Also so viele Einträge sind hier noch nicht. Das sind alles Daten von Leuten, die halt so rumgegangen sind. Gucken wir mal hier im Norden bei Hamburg. Da haben wir zum Beispiel... Hupsi. Da sehe ich gerade gar keinen Namen. Hilfe. Das ist alles nicht so einfach. Moment. Name ist doch da hier Schulbrucks. Da weiter hoch? Ja, ja, ja. Ich muss einmal noch näher ran. Da, ähm... Das ist halt... Es ist halt immer so ein... Schul... Ja. Schulbrucks-Beg. Bei Wendorf. Bei Hamburg. Ja. Name des Baches Schulbrucks. Ne? Also dann wird halt... Werden solche Angaben gemacht. Äh... So klingt der Bach. Ist still. Steht oder fließt langsam. Und sowas. Und das ist wahnsinnig wichtig, solche Daten, äh... Zu haben, wie auch die Umgebung geschaffen ist. Also ist intensive Landwirtschaft, gibt es Bebauung dort und so weiter und so fort. Und, äh... Da kann man... Da gibt es so eine Anleitung. Mitmachen bei unsere Flüsse. Das verlinke ich mal direkt. Da ist auch quasi die Anleitung, wie man das macht. Was man alles so machen, äh... Muss. Dass man halt quasi rausgeht, sich so 100 Meter Stück, ähm... Ähm... Dann wart ihr da, zeichnet es auf der Karte ein, Name des Baches. Das kann man halt dann auch direkt am Handy machen. Und dann kann man halt auch hier, äh... Möchtet ihr uns Fotos überlassen? Da kann man dann halt direkt Fotos auswählen und hochladen. Das heißt, diese Seite, äh... Unsere Flüsseformular kann man dann halt direkt am Handy quasi ausfüllen. Dann dazu auch, äh... Sachen machen. Und Wasserqualität ist auch... Weiß nicht, wie aussagekräftig das ist. Aber du hast dann halt so Optionen, ne? Klar, sauber, braun, bräunlich, grün, grünlich. Ähm... Ich denke mal, das gibt einen ersten Hinweis darauf. Und wenn es dann noch ein Foto gibt, kann man dann mit was, ähm... Anfangen. Ist auf jeden Fall ein erster Ansatz. Und das ist halt so ein Citizen-Science-Projekt, wo man halt, ähm... Eingeladen ist, quasi mitzumachen. Und, ähm... Ja, ähm... Wenn jetzt, äh... Das Wetter immer schöner wird und man draußen ist, dann kann man mal... Wenn man eh am Spazieren ist, kann man sich vielleicht die Seite bookmarken. Und, ähm... Ich denke mal, man ist da in einer Viertelstunde oder so durch mit ein paar Fotos machen und ein paar Sachen, äh... Ausfüllen. Und dann, ähm... Hat man der Wissenschaft, beziehungsweise den Leuten aus der Uni Leipzig, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh... Ein bisschen geholfen. Ne, hier unten steht das nicht. Also, da sind hier viele Angaben und das ist auch sehr schön illustriert, damit man das gut versteht. Immer so, ähm... Wie man das einordnet und so. Also, ich finde das sehr, sehr schön gemacht. Ich habe es mir durchgelesen. Es sind überall Beispielbilder dabei, damit man das versteht. Und, äh... Ja, kann man mal mitmachen. Äh... Kommt drauf an, an welches Ende man sich anguckt. Ja, okay. Ähm... Ja, äh... Und John Pantone fragt nochmal was mit, äh... Doppelte Verneinung. Ne, doppelte Verneinung kann eine Bejahung sein. Oder kann, wenn es... Je nach Kulturkreis kann auch eine Verstärkung sein. Ähm... Kommt drauf an. Also, Sprache ist etwas, was ständig im Wandel ist. Das ist nichts, was irgendwie festgeschrieben ist. Ich meine, bei Shakespeare... Ja, ich hab... Sind ganz viele Sachen im Englischen. Doppelte, dreifache Verneinung ist eine Verstärkung. Das würde im normalen, jetzt gesprochenen Englisch auch nicht mehr... Tatsächlich als Verstärkung gelten. Und da liegen nur 350 Jahre dazwischen. Ja. Ich glaub, im Hochdeutschen ist das so. Also, ich weiß im Bayerischen, das ist nicht so. Also, da kannst du sagen, so... Oh, das Hobby nie nicht gesagt. So. Also, da hast du die Verstärkung, weil du sagst nie. Ja. Und das... Das hab ich nie nicht gesagt, so. Das heißt einfach, das hab ich niemals gesagt. Aber du könntest es im Hochdeutschen, würdest du es sich eigentlich wieder auflösen. Ja. Ja, genau. In der hochdeutschen Schriftsprache, ne? Aber dann würde ich jetzt auch mal sagen, findest bestimmt in jeder... Entweder Slang oder irgendwelchen Dialekten bestimmt auch Sachen, die mit einer doppelten Verneinung eine Verstärkung machen. Ja. Also, das ist halt... Es ist schwierig, das allgemein zu sagen, ne? Also... Ja. Ja. Genau. Das ist die Sache mit den Flüssen, die ich mal kurz erzählen wollte. Das ist... Genau. Gibt es auch... Also, einmal diese Karte. Und bei diesen Mitmach-Aktionen, da gibt es super viele Artikel und auch einige Videos von der ARD und auch einige Sachen zum Anhören, die nochmal zusätzlich Inhalt liefern und so. Und ja, wie gesagt, Flüsse werden kontrolliert, die kleinen Bässe, die kleinen Bäche nicht. Und deswegen gibt es die Aktion unsere... Achso, nicht unsere Bäche, sondern unsere Flüsse. Ich hab immer unsere Bäche gesagt, kann das sein? Naja, aber... Es gibt ein paar Leute, die schon mitgemacht haben und ihr habt jetzt die Chance, alle 14, die ihr noch da seid, ihr habt die Chance, hier mitzumachen und vielleicht da nochmal ein paar mehr Punkte reinzumachen. Und wir werden auf jeden Fall... Also, ich werd da rüber auch gleich nochmal irgendwie auf Mastodon irgendwie was raushauen. Und ja, wenn ihr das hier auf YouTube im Nachhinein anguckt, dann sind die ganzen Links von der ARD in der Videobeschreibung. Macht mit! Ja. Das war's von mir. Ja, dann haben wir jetzt alle, ne? Ja, ich glaub, wir sind durch. Achso, nein, wir sind nicht ganz durch. Jetzt noch. Ich hab... Hier! Die ersten paar Sachen... Wir haben nämlich mit der Uni... Mit der Uni Gießen haben wir zusammen Seminare gemacht. Mit angehenden Lehrerinnen und Lehrern. Und dabei sind Unterrichtsmaterialien rausgekommen. Und die ersten vier davon sind schon online. Und da hab ich jetzt mal einen Link in den Chat reingeknallt. Auf der Plötzlich Wissen Seite findet ihr das. Das ist im Moment noch nicht im Menü, aber das wird jetzt nächste Woche... Ich bin jetzt wieder gesund. Ich kann wieder ein bisschen was an der Webseite schrauben und so. Ähm, äh, werde ich das, äh, hier in das Menü einpflegen. Da gibt's dann bald einen Unterpunkt unter mehr Wissen, äh, Lehrmaterialien. Und dann kann man hier, ähm, eine Liste finden. Im Moment sind es diese vier. Aber ich hab noch mehrere quasi, die ich umwandeln muss in solche, ähm, Artikel. Und wenn man jetzt hier mal so auf Todeszone im, äh, Todeszone im Meer, am Beispiel Ostsee, Lehrmaterial klickt, dann ist das immer so eingeordnet. Er stellt für Sekundarstufe 1, neunte Jahrgangsstufe, für das Fach Biologie. Dann sagen die angehenden Lehrerinnen und Lehrer, die das Material gemacht haben, so ein paar Worte. Und dann gibt's hier die Materialien zum Runterladen und noch zusätzliche Sachen. Und wenn man dann Lehrer an der Schule ist oder so, kann man sich das runterladen. Und da sind dann Arbeitsblätter drin und so. Und die kann man dann einfach im Unterricht benutzen. Die sind unter einer freien Lizenz. Das heißt, ihr habt da gar, ist keine Beschränkung, wie oft man das kopieren kann und so weiter und so fort. Das ist, ähm, ja, und dann, äh, wie man den Unterricht gestaltet und sowas. Das gibt's demnächst auf Plötzlich Wissenseite. Die ersten vier sind jetzt schon online. Und da kommen jetzt in den nächsten paar Tagen und Wochen immer mehr dazu. bis alle Sachen, die in den Seminaren erstellt wurden, dann online sind. Ja. Das war's. Das ist schön. Ansonsten nächster Stream-Termin. Müsst ihr auf Discord gucken oder hier auf Twitch. Oder wir schreiben es auch in die sozialen Medien. Und auf der Website von Plötzlich Wissen am Anfang. Genau. Auf unserer Website. Also guck da mal wieder vorbei. Wir müssen demnächst einen Termin finden. Haben wir jetzt vorher nicht geschafft. Aber es wird einen geben. Ja. Früher oder später. Nein, bald. Bald. Können gleich mal nochmal gucken. Genau. Ich mach mal kurz Blub. Dass wir uns wieder groß sehen. Hallo. Ja. Genau. Nächster Termin wird es irgendwann geben. Und, äh, ansonsten sind wir jetzt fertig. Hallo. Gutes Timing, Jules. Ja. Ja, ne? Ja, hab ich mir extra aufgehoben. Die ganze Zeit unterdrückt. Schön. Das ist ein bisschen ansteckend. Ich hoffe, ich schaff's noch. Bis wir aber rausgehen. Ja. Wünschen euch einen ganz zauberften Abend. Und, äh, dann sind wir jetzt nämlich mal raus. Ja. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.